Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich echt, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinen Abenteuern dabei sein wollt. Aber bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mache, gibt es erstmal Kaffee. Heute sieht es gar nicht so sonnig aus. Aber der Kaffee läuft. Ich würde sagen, hier im Gebüsch, da fühlt sich jemand gestört von mir. Oh, jetzt ist Ruhe hier. So, ich bin fertig. Tschüss Wenner. Heute ist Wandertag und ich höre hier die ganze Zeit Schafe. Aber ich gehe in die Richtung. Das ist mein Plan. Ich bin hier am Playa de Marino und mal schauen, wie weit ich hier oben an den Klippen entlang laufen kann. Und hier startet die Wanderung jetzt. Das ist mein Startpunkt. Und so ist der Weg hier eigentlich ein gut ausgebauter Wanderweg. Aber ich warne euch, in der Saison ist ganz schön viel los. Soll ich es euch mal zeigen? Da. Die starten jetzt alle. Und da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das Beste daran, es ist zwar warm, aber hier weht echt so eine kleine Brise, die super angenehm ist Ich habe mir erst mal ein Plätzchen gesucht, wo ich mein Stinkerkäsebrötchen esse Ich sehe zwar nicht, was ich filme, die Sonne ist wieder da, es ist jetzt echt hell hier Aber was ich sagen wollte, mir wird es jetzt hier zu voll Ich gehe jetzt zurück und dann baden Oh, das habe ich mir heute verdient Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Dass ich schwimmen kann Bis gestern war ja der Atlantik, da war ja nicht mal möglich zu stehen im Wasser Aber heute kann ich schwimmen So, den Rest des Tages werde ich mich diesem Ort widmen Das ging ja in den letzten Tagen nicht so mit dem Schwimmen Da konnte man nicht mal stehen, aber heute geht's los Der Weg zum Strand wurde hier aus Stein gemeißelt Ich freue mich schon auf meinen Drink Von unten sieht es viel voller aus, aber ich gehe erst mal hier noch in diese Höhle Stink immer in diesen Höhlen nach Pipi Ich weiß nicht, ob hier alle Leute Pipi machen gehen Also die sind alle hier durchgeklettert und dann da langgegangen Das werde ich nicht tun, ich mag das nicht Auch nicht mit Guide Auch cool, der Live-Guard, der hat hier, jetzt latschen alle drüber weg Der hat hier seinen eigenen Privatstrand abgegrenzt Bis zu zwei Meter breit, bis zum Meer Einmal für euch die Realität Es ist relativ voll Wir haben den 18. Juli, 23 Voll lustig, wie faul die Menschen noch sind Ich bin hier fast alleine an einem Strandabschnitt Man muss nur da einmal um diese Ecke gehen Da hinten tümmeln sich alle Und was ich jetzt aber noch vorhabe Ich will versuchen, hier noch weiter zu kommen Also es geht, man kommt hier tatsächlich weiter Aber schaut mal, da ist es nicht schön Da sind so viele Algen angeschwemmt Da muss ich jetzt auch nicht hin Von da komme ich Da hinten seht ihr den Strand Bin jetzt noch ein Stück weiter gegangen Und ja, zum Baden ist halt nichts Weil hier gerade so viele Wasserpflanzen angeschwemmt werden Aber schön ist es trotzdem Mal gucken, ob ich mich hier noch runter begebe Jetzt habe ich es tatsächlich doch noch richtig dicht dran geschafft Und ja, hier kann man eigentlich nur vom Wasser her Aber ich bin hier einfach umhergeklettert Und schon bin ich da Also nichts ist unmöglich, wie ihr seht Schön, freue ich mich richtig Übrigens Passt auf die Gezeiten auf Bei meinem Hinweg Konnte ich hier bequem rumgehen mit Schuhe Ohne nass zu werden Und jetzt War ich bauchtief im Wasser Und musste meine Tasche auf den Kopf tragen Und da hinten war ich Hier zweimal um die Kurve rum So, Marinha So Algarve Dann wollen wir uns mal verabschieden Jetzt geht es nach Hülva Die erste Stadt in Spanien Und Ich muss zwei Stunden 31 fahren Weil ich ohne Maut eingestellt habe Ich finde es nicht schlimm Ich muss jetzt eine Stunde länger fahren Erstens spare ich 18 Euro oder so Und zweitens Das will ich noch ein bisschen vom Land sehen Vielleicht noch einen Supermarkt anfahren Ja That's it Let's go Hier war schon wieder irgendwas komisch mit der Maut Elektronische Maut Ich hatte keine elektronische Maut Vielleicht kommt ja noch eine Mautstelle Aber in einem Kilometer bin ich schon in Spanien Hier unten an der Algarve ist es etwas schwieriger mit der Maut Hier gibt es keine Mautstellen Und die Maut wird ausschließlich elektronisch erhoben Man muss sich also vorher Darum bemühen Wie man die bezahlen möchte Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten Und wenn man es nicht tut Einfach auf die Autobahn rauf fährt Dann kriegt man Einen Brief nach Deutschland Mit der Zahlungsaufforderung Plus glaube ich 30 Cent pro Kilometer Und Drei Euro Verwaltungsgebühren Oder so Und wenn man die dann immer noch nicht bezahlt Dann Gibt es Ärger Dann kriegt man Ein Strafmandat oder so Ja Welcome in Spanien Andalusien Hier schon wieder diese Höhenkontrolle Ich finde es ganz schön niedrig Kraft So Jetzt sind wir gleich da Willkommen in Höhe Ich fand das jetzt nicht so prickelnd Was ich hier gesehen habe In Höhe Und daher starte ich Richtung Sevilla Eine Stunde Fahrt Hat euch das Video gefallen? Wenn ja Gebt mir doch einen Daumen hoch Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren Glocke nicht vergessen Bis bald Bis bald Du bist bald Bis bald Lo Ich hoffeB Ich hoffeB Ich hoffeB Vai